Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Die Kinder können bei Bedarf ab 7 und bis 18 Uhr ihren Tag im Schulhaus verbringen. Das Angebot beinhaltet das Mittagessen, Freizeitaktivitäten und Aufgabenhilfe. Wie anmelden Das Kind und seine Eltern bestimmen zusammen, an wie vielen Tagen in der Woche und zu welchen Zeiten das Kind die Tagesbetreuung besuchen wird. Man muss sich für die Dauer eines ganzen Schuljahres anmelden. Die Eltern können die Anmeldung für die Tagesbetreuung online über die Plattform Kibon vornehmen. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Oder die Eltern fragen in der Schule ihres Kindes nach dem Anmeldeformular auf Papier. Ferienbetreuung für Schulkinder Die Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder richtet sich an erwerbstätige Eltern, die ihre Kinder während den Schulferien zusammen mit Gleichaltrigen betreuen lassen wollen. Die Stadt Bern bietet Kindergarten- und Schulkindern bis und mit zur 9. Klasse professionell betreute Tagesferien an. Bei genug grosser Nachfrage gibt es pro Schulstandort eine Ferienbetreuung. Die Ferienbetreuung ist in der Sportwoche, den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien geöffnet. Die Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 18 Uhr. Wie können Sie Ihr Kind anmelden? Sie können Ihr Kind online über Kibon anmelden oder schriftlich mit dem Anmeldeformular des jeweiligen Betreuungsstandortes der Schule. Sie finden die Webseite unter www.kibon.ch oder im Link unter diesem Video. Bis wann müssen Sie Ihr Kind anmelden? Sie müssen Ihr Kind bis Mitte Dezember für die Sportwoche, die Frühlings- und Sommerferien angemeldet haben. Für die Herbstferien können Sie Ihr Kind jeweils im Mai anmelden. Haben Sie Fragen zur Anmeldung oder zu den Kosten für die Tagesbetreuung oder die Ferienbetreuung? Melden Sie sich beim Schulamt unter plus 41 31 321 64 60 oder per E-Mail schulamt-at-bern.ch Sie finden diese Angaben unterhalb dieses Videos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017